Was kannst denn du wissen? Was weißt denn du? Sie machen sich keinerlei Gedanken, dass man sie hier keineswegs wohnen lässt, wenn sie nicht einmal ein Visum haben. Einiges voll von Flüchtlingen aus dem Norden, aus den besetzten Gebieten. Ich habe nur den einen Wunsch, eine Zeit lang hier in der Ruhe zu bleiben. Damit ist gar nichts getan. Sie haben ein Ziel. Nein, du hast die Licht. Licht. Sie brauchen ein Transit.